Hallo Sammelfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute mit dem Starterpack der Formel 1 Turbo Attacks 2020 Trading Cards von Topps. Und damit seid herzlich willkommen zu diesem neuen Collectors Video, in dem ein Traum für alle Motorsportfans unter den Sammlern in Erfüllung geht. Denn Topps hat es geschafft, sich die Lizenzrechte für Sticker und Trading Card Produkte zur Formel 1 zu sichern. Und das erste Ergebnis daraus liegt jetzt vor uns mit dem Starterpack der Formel 1 Turbo Attacks 2020 Trading Card Kollektion. Die Kollektion kommt ja passend zum großen Rennwochenende hier in Deutschland. Aktuell ja der große Preis der Eifel auf dem Nürburgring. Für alle, die es übrigens noch nicht mitbekommen haben, das komplette Rennwochenende, also freie Trainingsqualifikation und sogar das Rennen, werden erstmals komplett hier auf YouTube übertragen. Also eine schöne Möglichkeit, das zu verfolgen für alle, die kein Sky-Abo haben oder RTL bereits von ihrer Fernbedienung gelöscht haben. Also es steht ein super Formel 1 Wochenende an, mit dem großen Preis in der Eifel ergänzt um die neuen Turbo Attacks Karten von Topps. Und wenn ihr euch darauf schon richtig freut, dann haut auf jeden Fall mal aufs Dürmchen nach oben und lasst schon mal ein Like für dieses Video da. Und nachdem ihr das gemacht habt, legen wir jetzt los und widmen uns, wie es sich zum Start in einer neuen Kollektion gehört. Zunächst mal dem Starterpack dieser Formel 1 Turbo Attacks 2020 Trading Cards von Topps. Ihr seht es hier draußen auf der Packung schon. Das Ganze gibt es zum Preis von 7,99 Euro, also etwas günstiger, als wir das von den Fußball-Kollektionen kennen. In diesem Starterpack enthalten ist die übliche Sammelmappe, Spielfeld, Spielregeln, eine Gold Limited Edition Card von Lewis Hamilton. Die sehen wir hier draußen schon auf der Verpackung aufgedruckt. Und zusätzlich 5 Cards aus dieser neuen Kollektion. So, wir werfen noch einen kurzen Blick auf die Rückseite. Die ist komplett transparent, da gibt es also nicht wirklich viel zu sehen. Und dann holen wir das Starterpack einfach mal aus der Verpackung raus. Ich hatte die Hoffnung, dass das eine Lasche zum Aufziehen ist, die ist aber komplett festgeschweißt. Von daher nehmen wir einfach die Schere, dann geht das ein bisschen einfacher. So, dann befreien wir mal all das, was in diesem Päckchen ist. Wir haben hier unser Päck mit den Cards, das schauen wir uns am Schluss an. Zunächst mal einen Blick auf die neue Kollektion. Und das geht natürlich am besten mit dem Deckblatt und der enthaltenen Checkliste. So, und wir werfen mal einen etwas näheren Blick auf. Die Liste, die hole ich euch auch mal näher ran. Wir haben da zunächst die International Superstars mit den Top-Fahrern der Formel 1. Dann kommt auf der linken Seite ein ganzer Block mit Base Cards zu den jeweiligen Teams. Und dann geht es rechts oben weiter mit Live-Action-Cards. Dann haben wir Flashback-Cards. Und die Formel 2 ist auch vertreten, wie ihr unten sehen könnt. Unter anderem auch dabei Mick Schumacher. So, und dann holen wir uns die Rückseite mal nach vorne und sehen da die restlichen Karten. Die Strategy-Cards. Dann haben wir Memorable Moments. Future Star Cards. Race Superstar Cards. Gold Race Winner Cards. Eine Gold Best Ever Finish Card. Und 5 Limited Edition Cards in Gold. Wobei es darüber hinaus auch noch Silber und Bronze Limited Edition Cards geben wird. Ob die auch alle in Deutschland erscheinen werden, muss ich da noch zeigen. Aber die Limited Edition von Max Verstappen im Multipack ja zum Beispiel in Gold, Silber oder Bronze enthalten. Also von daher die Anzahl der Limited Edition Cards wahrscheinlich doch ein bisschen höher als hier in dieser kurzen Übersicht. Sobald ich davon Tops eine komplett bestätigte Liste habe, findet ihr die natürlich auf der Collectors Webseite mit den genauen Angaben, welche Limited Edition Cards es in welchem Produkt gibt. So, das ist also die Übersicht über alle in dieser Kollektion enthaltenen Karten. 181 Stück sind es insgesamt, dazu die Limited Edition Cards. Das Ganze im Vergleich zu einer Fußballkollektion natürlich recht übersichtlich, aber bei der Formel 1 natürlich auch nicht so viele Akteure beteiligt wie in einer kompletten Fußball Liga. So, da haben wir die Rückseite der Sammelmappe mit dem Hinweis, dass es auf der Tops Webseite bei speziellen Online Deals auch 5 exklusive XL Karten geben wird. Ob das dann auch für Deutschland gilt, muss man auch abwarten. Die Angaben ja meist immer aus der Perspektive von Tops UK. Was mir allerdings bei diesen XL Cards so ein bisschen fehlt, ist eine Aufbewahrungsmöglichkeit dafür. Also Tops bringt immer mehr von diesen XL Cards raus. Nur eine Sammelmappe oder irgendwas anderes, wo man die reintun kann, da denkt leider keiner dran. So, dann haben wir hier die Spielanleitung, wie man mit diesen Karten spielen kann. Ihr seht es hier oben, drei Defensivwerte gibt es auf den Karten und drei Angriffswerte. Das Ganze in Englisch und in Französisch beigefügt. Und dann haben wir hier noch den Spielplan. Den falte ich für euch auch mal auseinander, auch wenn wir ihn wahrscheinlich überhaupt nicht ganz ins Bild bekommen. Von der Breite reicht sogar knapp, aber von der Höhe nicht ganz. Also von daher schiebe ich euch den mal so ein bisschen durchs Bild mit dieser Rennstrecke, die wir da auf der Karte sehen. Und zu dem Ganzen gibt es auch noch eine kurze Variante. Die beginnt dann hier unten mit dem Start und zieht sich hier oben ein bisschen ins Ziel. Das ist also der Spielplan. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus, wenn man mit den Karten spielen möchte. So, dann legen wir das mal in die Sammelmappe, friemeln mal kurz unser Deckblatt und unsere Rückseite rein, damit wir das dann auch einmal vollständig haben. So, da ist es drin. Sieht, wie ich finde, richtig klasse aus. Mit den drei Titelhelden, Louis Hamilton, Max Verstappen und Sebastian Vettel zum letzten Mal im Ferrari Outfit. So, das ist also unsere Sammelmappe. Und jetzt wollen wir natürlich nochmal einen Blick auf die ersten Karten dieser Kollektion werfen. Durchs Päckchen sieht man schon ganz gut die Gold Limited Edition Karte von Louis Hamilton. So, hier haben wir sie. Sieht besonders edel aus, wie ich finde, auf dem Schwarz mit dem Gold. Dazu, hier links, dann, wie gesagt, die Defensiv- und die Angriffswerte, jeweils mit einem Hauptwert und darunter nochmal drei Unterkategorien. Dann haben wir unten die Länderflagge und das Team. So, dann schauen wir mal, wie wir noch im Päckchen haben. Max Verstappen von Red Bull. Dann haben wir Lance Stroll im knallig-rosa-leuchtenden Anzug von BWT Racing. Dann eine Speedster-Karte von Carlos Sainz im McLaren. Oh, und dann was richtig schön Goldenes mit der Gold Race Winner Karte von Charles Leclerc von Ferrari. Die auch richtig edel mit diesem leichten Metallic Look. Und als letzte Karte haben wir da noch Lando Norris als Superstar-Karte. Und die hat auch einen wunderbaren Holo-Effekt im Hintergrund. Ich hoffe, der kommt einigermaßen rüber über die Kamera, wenn man die Karte im Licht bewegt. Also, das ist ein richtig starker Effekt bei dieser Karte. Und nochmal einen kurzen Blick auf die Rückseite einer solchen Karte. Haben wir noch nicht gesehen. So sieht sie von hinten aus. Also da auch nochmal der Team-Name mit aufgedruckt. Ja, und das waren sie dann schon. Unsere ersten sechs Karten aus dieser brandneuen Formel 1 Turbo-Attacks 2020-Kollektion von Tops. Die ersten Karten, die wir jetzt gesehen haben, gefallen mir persönlich richtig gut. Wirken sehr edel auf diesem schwarzen Hintergrund. Also, ich freue mich da definitiv auf mehr, was ihr dann in den nächsten Tagen natürlich auch hier auf dem Kanal zu sehen bekommt. Eure ersten Eindrücke von dieser neuen Kollektion dürft ihr gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich freue mich da auf euer Feedback. Däumchen nach oben, wie gesagt, nicht vergessen, wenn ihr bisher noch nicht geliked habt. Und wenn ihr die künftigen Videos zu dieser, aber auch anderen Sticker- und Trading-Card-Kollektion nicht verpassen wollt, dann sichert euch das kostenlose Kanal-Abo, aktiviert anschließend die Glocke und dann werdet ihr über neu erscheinende Videos benachrichtigt. Wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss!